Moin moin und hallo, ich bin Xanathos und ich zeige euch heute, wie ihr in Mittelerde Mordor Schatten die Trophäe Ein Neuer Herr erhalten könnt. Das ist eine Bronze Trophäe, oder wenn ihr auf der Xbox spielt, erhaltet ihr dafür 15 Gamerscore-Punkte. Was diese Trophäe beinhaltet, ihr müsst einen Uruk-Hauptmann im Kampf auf eure Seite ziehen, also Brandmarken. Dadurch benutzt einfach im Kampf die Fähigkeit Kampfmarken. Wenn er low genug ist, das seht ihr an dem grünen Totenschädel, und er muss nur noch sehr, sehr wenig Energie haben, sammelt genug Kombo-Punkte, um so, ich glaube, auf der Playstation-Bars mit X und Kreis gleichzeitig, auf der Xbox-Werste mit A und B, und übernehmt ihn dann im Kampf. Alternativ könnt ihr ihn auch einfach festhalten und übernehmen, das funktioniert aber im Kampf nicht so gut, weil einfach zu viele Leute da oben sind. Genau, ich klopfe ihn hier einfach ein bisschen runter, hab gemerkt, ja, er hat noch viel zu viel Leben, kriegt er von seinen ganzen Kollegen auf die Fresse. Aber irgendwann funktioniert's dann, dann ist er auch low genug. Und, äh, ja, wenn er das gemacht hat, ach, jetzt wurde ich hier noch getroffen von irgend so einem Heinzel. Lass mal wegmachen, zack, Kopf ab. Schön. An seinen, äh, Minions, die hier mit rumlaufen, kann man gut die, äh, Kombo-Punkte hochhalten, und da ist es schon passiert. Da hab ich ihn übernommen, und zack, ist die Trophäe aufgekloppt. Ein neuer Herr. Ach, wie schön. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich melde mich ab. Ich bin Xenathos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.